So, meine Freunde, jetzt ist Schluss mit Lustig. Ich bin stolz, ein neues Side-Project vorzustellen. The Kirov Trio. Stadi Kirov an der Gitarre. Pazzi Schneider am Bass. Pazzi Schneider am Bass. Achtung. Pazzi Schneider am Bass. Achtung. Das ist ein Waischemann. Patti Schneider am Bass. Die Tüte ist zurück. Sauce ist back, man. Are you ready for rock'n'roll? Yeah! Die Tüte ist zurück. 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 Das 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 ist zurück.